Mein Name ist Lisa Kramp, ich bin 24 Jahre alt. Ich tätowiere sehr gerne in Farbe, gerne auch im Aquarellstil. Mandalas, kleinere Sachen auch sehr gerne. Momentan bin ich am Üben für die fotorealistischen Sachen, damit ich die auch hoffentlich zeitnah beherrsche. Arbeite auch gerne in Schwarz-Weiß, muss nicht immer Farbe sein. Ich freue mich generell über kreative, inspirierende Menschen, die mir ihr Vertrauen schenken. Gott, ich glaube, ich habe ein richtiges Gesichtsfaschingel. Da zogen die Muskeln voll, wenn man sich konzentriert halt, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.